so Wo ging es denn hier hin? Mit Lageplan? Was zieht es da? Ich denke mal wir gehen schon richtig Oh nein Oh nein Ganz im Ernst, muss das sein? Sie lassen sich nicht öffnen und das war mein Tod Alter Verwalter Das Die Viecher sind ja mal Mod mega hässlich Na super Ich glaube dass da was drin ist Ich habe mich noch gewusst Geht nicht so an Schieß einfach Was ist das Das Kettchen sehen wir euch Oh krass Oh 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 Kann ich jetzt nicht gebrauchen Nicht dein Ernst Oh 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 Ja, wir auch. Ja, super. Nein. Teil. Ich spiele jetzt mit keinem von den Viechern so lange. Das ist doch, wie wird es schon da weglaufen? Ah. Wir nähern uns auf jeden Fall schon die Position. Wir sind jetzt hier schon mal unten. So, ganz schön Katzmausspiel, ey. Aktuelle Zeit. Nicht aufgeben, Parker. Es muss einen Weg geben. Hehehe. Ja, der Weg ist anscheinend auf dem Weg. Sag ich mal. Dafür muss Parker ein richtig ordentliches Essen springen lassen. Ja. Dramato Melodio. Achtung. Wir sind immer noch auf dem Spanier. Bewegt sich nicht. Toll. Das ist hier nichts an Munition. Nur das bisschen. Das wäre doch mein Tod jetzt. Wollen wir mal drauf hier. Auah. Ja. Ja. Ohne Munition, was soll man da tun, ne, Leute? Ohne Munition, nichts los, ne. Schade, 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 ne? Mal auch fortsetzen. Lass mal ganz kurz hier herwatscheln, weil das überleben wir definitiv nicht. Hm, den seh ich nicht mal, den großen. Ohne Munition. Boah. Schäulich, ey. Einmal schnell messen und weiter jetzt. Immer weiter schießen. Abscheulich, ey. Ja, wir bringen einen zum Hochjagen. Die sollte einen zum Hochjagen bringen. Aber schafft es ich, ich ja, wenn ich mehr Munition hätte, aber sie nicht? Das finde ich doof gemacht. Ich glaube, du musst einen von den vier treffen und dann hast du eine Massenexplosion. Ne. Lässt sich nicht bewegen, so toll. Das ist Munition, fast alle wieder das gleiche Problem. So, das war jetzt gut. Kleiner Augenblick. Ja. Ja.